Und so hört es sich dann an, wenn man morgens hier in aller Frühe die Tür aufwacht. Ja, denke ich. Ja. Gut, dann werden wir natürlich alle Tierchen nicht zu lange warten lassen. Hier muss ich aufpassen, dass es nicht direkt die Treiber unterfallen. Tinky hat auch mal kurz reingeschaut. Im Keller trauen sie sich zwar noch nicht, aber ins Haus. Ja, 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 alles gut. Alles gut, ich bin ja schon da. Ja, ich bin ja schon da. Morgen. Morgen, habt ihr gut geschlagen. Oh, ein Tick, Tick, geht es besser. Ja, dann wird es besser. Langsam machen, Tick, Tick, langsam. Also man sieht, dass er noch ganz leicht rumpelt, ganz leicht. Aber das ist schon viel, viel besser geworden und wird wirklich jeden Tag besser. Und ich habe euch eigentlich heute Morgen extra mitgenommen, um euch mal Papa Kata zu zeigen. Ich denke, morgens hat man da die besten Chancen. Ja, der steht auch schon da und wartet. Muss ich nur mal schauen, weil die Kamera kennt er noch nicht. Das ist natürlich noch so dunkel. Wer sitzt da? Hallo Papa Kata. Hallo Papa Kata. Hallo Papa Kata. Ein Feiner bist du, du bist ein Feiner. Du bist auch ein Feiner. Ja? Ja. Er weiß jetzt wahrscheinlich nicht genau, was ich will. Normal bringt er doch immer gutes Futter. Und jetzt hat er so einen Stab in der Hand. Und der Rest wartet auch. Balou fehlt heute, sehe ich gerade. Und Mowgli. Aber wie schon mal gesagt, das ist jeden Morgen anders. Und ich hole jetzt erst mal das Futter. Und ich hole jetzt schon mal das Futter. Und ich hole jetzt schon mal das Futter. So, bei den Katzen ist der gröbste Hunger erst mal gestillt. Jetzt geht es hier mal weiter zu den Entchen. Na, Entchen? Wank, 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 wank. Mach schon langsam tipp, tipp. Mach schon langsam. Nachher stehen einfach nur noch ein bisschen Futter ran. Da kann ich mich den ganzen Tag dann bedingen. Heute ist es richtig kalt. Das ist mir gar nicht mehr so gewohnt. Ich glaube, zwei Grad waren es heute Morgen. Das ist wirklich sehr frisch, muss ich sagen. Aber so wie es hier oben aussieht, wird es heute wieder ein sehr, sehr sonniger Tag. Na, ein Entchen. Na, ein Entchen. Na, ein Entchen. Ein Entchen. Was macht ihr? Ja, was macht ihr? Na ja, geht mal gucken. Geht mal gucken. Nicht? Ich glaube, Hans weiß nicht genau, wo er hin will. Ich schneide noch ein paar Schwanchen rein. Ah, jetzt. Jetzt wird geflattert. Wer ist die Erste? Hier grunzt es natürlich auch schon ganz laut. Ganz klar. Ach, hier freuen sich schon ein paar. Hier freuen sich auch ein paar. Hallo, guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Hallo, Paulchen. Freust du dich so? Ja. Das habe ich euch ja schon öfters gezeigt, wie die jetzt Futter bekommen. Deswegen, ich mache Futter. Sehen wir uns gleich wieder. Und das mit dem neuen Trog funktioniert echt super. Also so verschütte ich jetzt nichts mehr. Und sie können hier wirklich ganz genüsslich fressen. Also da sieht man wieder, dass sich dann doch so ältere Dinge, die sich irgendwie Jahrzehnte oder Jahrhunderte so bewährt haben, immer noch top sind. So, jetzt geht es mal weiter. So, jetzt schon wieder das erste Kätzchen. Was ist? Ich denke, was ist los? Ich weiß nicht, was ist meine Maus? Ich weiß nicht, was ist meine Maus? Bist du schon fertig? Bist du schon fertig? Das kann ja sein. Kann ja sein. Ich habe euch noch zwei Dosen. Noch eine. Oder hat sich der Papa wieder vertrieben? Hat der euch vertrieben? Nein, nein. So, jetzt gucken wir mal schnell in den anderen Fädchen. Alter, wir haben gestern Wurmkur gemacht. Dass es dem gut geht. Oh, toll sieht das hier aus. Ganz toll. Ich muss euch mal zeigen. Ich weiß nicht, ob man das mit der Kamera sieht. Mal so einen leichten Nebel. Und die Wiesen sind auch so ganz leicht weiß. Schon klasse, ne? Wenn man da morgens rauskommt. Wow, toll sieht das aus. Echt toll. So, jetzt mal gucken, woher die Mannschaft ist. Wie bist du hier? Hallo, Pipi. Hallo, meine Süße. Hallo, meine Süße Maus. Und? Frühstücken? Gutes Frühstück? Gutes Frühstück, meine Süße. Ja. Hallo, Peter. Hallo, mein Peter. Hallo, alles gut, mein Bob? Alles gut, mein Bob? Alles gut? Alles gut? Alles gut? Alles gut? Hallo, meine Mauslein. Oh, du liegst doch, wie süß. Oh, wie schön. So fein, ne? So fein, meine Süße. Ist noch schön gemütlich bei dir. Ist noch so schön gemütlich bei dir. Oh, das ist so toll. Oh, das ist toll. Kannst du schön liegen bleiben, ne? Kannst du schön liegen bleiben. Wie ist deine süße Maus, bist du, ne? Ja, so gemütlich bei dir im Stall. Ja, dann merkt man dann doch, dass es im Stall am gemütlichsten ist. Und der Vorarm hat euch sehr viel gebracht. Habe ich euch ja damals schon gesagt, dass es mir also direkt gemerkt hat, dass es hier also wesentlich angenehmer ist. Und da kann man sich natürlich schön ausruhen und chillen. Ja, man ist nicht so, ja, du bist eine Feine. Das stören wir aber nicht länger. Runde 2 ist eingeläutet. Also noch einmal zwei Dosen. Und dann ist der Morgen erst mal so weit gerettet. Boah, ich habe eiskalte Finger. Ich habe wirklich eiskalte Finger. Ich muss so langsam wieder meine Handschuhe mal rauskramen. Gucken, wo die überhaupt sind. Gerade noch mal bei den Schweinchen schauen. Und dann geht es direkt hoch. Oder viel mehr rein erst mal. Klein wenig aufwärmen, Kaffee trinken. Und dann geht es weiter. Ich bin jetzt gerade mit Toni spazieren. Quasi unsere Morgenrunde. Und ich habe jetzt auf Insta, habe ich sie auch schon mal gepostet. Was ich jetzt in letzter Zeit sehr oft sehe, sind hier diese Kotbeutel, gefüllte Kotbeutel wohlgemerkt. Und die einfach ins Grüne geworfen. Ist mir also überhaupt nicht klar, warum man sowas macht. Manche auf Insta haben gesagt, ja vielleicht liegt es da dran, dass hier nicht genug Mülleimer sind. Oder es ist ein Protest, dass die Tüten nicht umsonst sind. Oder, oder. Also auf jeden Fall finde ich es ein absolutes No-Go, dass man also dann hier den Hundekot einpackt und ausgerechnet noch in Plastik. Wir wissen ja, Plastik hält hunderte von Jahre. Und das dann einfach in die Prärie schmeißt. So malen wir hier drüben auf der einen Weide hier unser Heu machen. Und wenn da solche Beutel drin liegen, kann man sich natürlich vorstellen, dass das nicht besonders prickelnd ist. Wenn man dann so Plastik scheiß, im wahrsten Sinne des Wortes, dann vielleicht im Futter hat. Schreibt mir mal eure Meinung dazu, wie ihr das findet oder ob ihr das auch schon festgestellt habt, dass da immer mehr Leute die Kotbeutel, wie gesagt, hier mitten im Grün entsorgen. Würde mich mal sehr interessieren. Also ich denke an den fehlenden Mülleimern kann es hier auf keinen Fall liegen. Vor allem haben wir wirklich an jeder Ecke eine Bank und dementsprechend auch einen Mülleimer. Scheinbar ist es vielleicht doch irgendwie die Faulheit der Menschheit. Keine Ahnung. Die meint jetzt natürlich, ich wollte mit ihm spielen. Mit dieser Stange da. Ja, das ist so ein großer Hund. Nein, der kann nämlich jetzt immer frei mitlaufen. Oder zum größten Teil läuft er frei mit. Und hat auch sichtlich, wie ihr seht, immer sehr viel Spaß. Komm mal her. Hier. Hier. Komm mal her. Ja, fein. Sitz mal. So ein toller Hund bist du, gell? So ein toller Hund. Jawohl. So ein toller Hund. Und weiter geht's. Auf geht's. Muss nur ab und zu aufpassen, wenn ein Mofa kommt oder ein Fahrrad, muss ich dann hierbleiben. Weil der rennt dann noch hinterher. Deswegen muss ich die Leine immer noch mitnehmen. Aber wie gesagt, sonst läuft er eigentlich zum größten Teil frei mit. Und es funktioniert echt toll. Ganz toller Hund. Ganz toller Hund. Ganz toller Hund. Und manchmal ein bisschen Kacka. Mit dem Aufbau meiner Hütte bin ich auch fast fertig. Anja hat sie auch schon gestrichen. Sieht richtig schick aus, finde ich. Kann man sich das so richtig vorstellen. Auf jeden Fall noch mal als Remember. Nehmt euch am 8. und 9. nichts vor. Und kommt auf jeden Fall hier auf Monapi zu unserem Weihnachtsmarkt. Genauere Informationen werde ich euch noch liefern. Naja. 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 So, Sonne ist wieder richtig da, blauer Himmel und wie vermutet richtig schön und das heißt, jetzt lasse ich die Pferde noch runter auf die Weide und da können sie heute den ganzen Tag chillen. Könnt ihr Chillski machen? Schön Chillski machen. Also, viel Spaß. Och, und das war es schon wieder mal ein kleines Video. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Hier wird es irgendwie gerade dunkel und ich würde mich tierisch freuen für einen Daumen. Jetzt ist es zu hell nach oben. Und was mich noch viel mehr freuen würde, wäre natürlich, wenn ihr hier meinen kleinen Kanal auf YouTube abonniert. Vielleicht alle, alle, alle Leute, die es auch so unsinnig finden, gefüllte Kotbeutel einfach in die Prärie zu schmeißen, dazu einladen. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Ciao, ciao.